da muss ich in wagnis eingehen scheiße naja das war nicht so bad war nicht so bad ja haben platten ja alles gut versuch irgendwie zu irgendwie abzuhören nein 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 verlass mich nicht fehlen verlass mich nicht ist noch irgendjemand empfunk der mich hört ja die armee aber die macht nichts wir sind unten in der kanäle und werden massiv beschossen und ihnen die kanäle werden massiv beschossen versuchen irgendwie wegzukommen unter dem highway ich habe keine chancen was wollt ihr machen sich er wollte wegfahren oder was wer seid ihr da wollen wir wegkommen wieder lsc wieder funk checkt aus dem lsc war doch irgendwas zu reifen hier und sind aktuell am haley am haley verkäufer hat er wenn er mich runter pushen kurze frage was der aktuelle status hier okay wir versuchen werk was sind das von fahrzeug grüner 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 super sport da okay wir stehen höhe sg stehen wir und versuchen den weg abzuschauen schuss aus schuss kommt es raus schluss der war der war der war der war der wasser ich wollte nur nur noch richtung norden musst du auch schon so weit den platten haben so wer fährt ist jetzt scheiße da ist alles schließen sogar zurück hände hoch die hände hoch alle beide gestellt wir fahren dann einmal hier hin ihr könnt ihr könnt hier hinter aussteigen könnt ihr hinter aussteigen nehmt hier hinten geht weiter richtung kohle gibt es in richtung kohle zurück die richtung kohle zurück und jetzt in die stelle der richtung stelle geht einfach richtung stelle mit unsere mauer werden wir gut deckung werden wir gut deckung ihr könnt ziehen geht einfach ein bisschen weiter geht auf rechts sind für uns rechts oben auf dem dach guckt dass ihr den auf dem dach vom super volito direkt bekommt das sind zwei auf dem dach vom super volito die kommen alle zu euch die kommen alle links zu euch bei den stellen kommt die die kommen alle zu den stellen die sind aus der grünen wiese ich habe recht nicht mal eine wiese drauf alle rechts auf die grünen wiese drauf halten da wo unsere autos fahren ich glaube mal da wo unsere autos bauen das ist die ganze ganze Masse jetzt noch hier ihr müsst rechts hinter den stellen durch pushen weil die laufen gerade hinter unsere autos lang die kommen gleich von rechts hier die ganze pedi-master die kommen hier gerade von rechts alle halte die rechts gegen bei den unseren autos halte rechts gegen bei unseren autos bin ich hinten gerade die sind hinten bei dem ein äh das sind die 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 waffenlieferungen bei frax machen bitte? wie bitte? doch das sind die 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 waffenlieferungen bei frax machen weil da waren ja auch noch lkw drin warum sollten wir für das ich mal schlechte waffenlieferungen machen das hat nichts mit der army zu tun das ist doch auch keine army ne es ist keine army ne es ist auch nicht ja das ist auch nicht zivil oder whatever ich weiß auch nicht was das ist äh nix exekutives das ist ja keine arme und der familie am besten mal meiden weil man wohl ignorieren ich weiß nicht wie man das ignorieren kann aber gut das schaut nicht aus wie eine familie aber auf jeden fall halblau aus gegen oh 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 ja das sind zivis im fall 4 zivile zivile karten 1 i8 hey zu den pounder haben wir heute schon mal gesehen kannst du es gar nicht rennen ja wenn ihr für mich will wenn ihr habt drückt sie mal in eine eigene guckle wenn ihr 20 mann sind und alle jeden ja kommen die schaffen wir das hat sie explodiert weiter dort der nächste draft aktuell auf piste 12r fährt aktuell Richtung hangar auf den fokussen woher alter komm der komm 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 zu unserem hangar auf den fahrer auf den fahrer zu dem trafter jetzt fokussen 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 wo lag den trafter da jetzt die alte fände sind scheiße das darfstimme erschießen ja fahr weg Richtung er zu unserem weiter Richtung 12r wir müssen irgendwo reparieren wäre nice geht eigentlich noch wir steigen jetzt aus auf piste 12r verteilt haltet drauf haltet drauf jetzt aussteigen jungs gut warte warte noch nicht noch nicht vorsicht wir haben ein backstepfahrzeug hinter uns zwei stück so jetzt haltet vor gegen die masse zu dem zu dem hangar zu dem hangar auf der seite vorsicht die backstepfahrzeuge rennt jetzt vor Richtung hangar jetzt Richtung hangar gemeinsam mit der masse nicht richtung ein hoch auf der erste person hier projekt Bang richtige Ok was machst du was machst du was mach ich du bist hier rumgeschwebt ja du musst mich doch mal befahren danke ja ein dunkelroter zentrono mit ist denn hier lowe ist am wörfer mann 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 du hast den aus dem leben gepittet zeig dir na der hatte aber ich auch ich wurde geblitzt ich dachte so nicht für das ist ehrlich dass ich noch geblitzt zwei minister so wo sind unsere masse ist ein trage ist in der ecke gaffe nicht auf jeden fall nicht auf jeden fall jetzt plötzlich weiter ist der klasse gehen und der interesse sollte dann wenn wir das nicht aussteigen so sind jetzt alle hier vorne hier vorne wie gesagt das hier sind die geht das klasse durch und danach muss ich gleich nach vorne und wenigstens eingestiegen eventuell muss ich sehe vielleicht fünf leute die in den norden pushen push doch einfach einfach drauf rennen die kommen die kommen die den komplett open diesen komplett oben denn dann nix wir haben dann nicht die könnte jetzt mal schön nach links komplett komplett nach links komplett wir sind jetzt bei bose anwesen eventuell paar leute noch weiter links und dieses lecker besetzen da oben sind schon wieder zu viele leute von uns gekippt ne aber durch was ja weil zu viele leute in der gasse geht es jetzt zu nehmen liegen allein drei leute in der gasse rum ja hier in der gasse halt mal drauf ich muss ziehen ich muss ziehen ich muss die gasse kommt die wasse kommt zur bank leute von noten von noten zur bank kommt jetzt dann zurück zur bank haben wir noch die dächer bei der bank die kommen jetzt auch langsam wir müssen sammeln halte drauf halte drauf halte drauf einfach drauf halten einfach frei drauf halten der muss ja wir haben auch den westen der blätter gerade überlegen muss für mich zweiten gaste sein komplett der gibt es ja auch nicht hinter uns hinter uns in der gasse die hände hoch der hat die hände hoch hände hoch hände hoch ist es umgedreht ich würde ihnen einmal die handschellen anlegen der herr stehen bleiben sie stehen ich lege in einem mit der hand scheine an ich habe aus dem fahrzeug rausgekommen leider kann sich nicht kontakt ich werde immer weiter Richtung süden gefahren sein der ist gut gucken ob wir die sich kontaktuell anzunehmen haben ops dann ist also dementsprechend das 16 ja nein weil es keinen sinn der gibt schon wieder wir haben hier einen gestellten täter gerade eben den haben wir gerade mal festgesetzt was passiert nun mit ihm wenn ihr uns einen standort gibt dann haben wir da je nachdem wer das war die freiheit keine ahnung was dieser scheiß t wieder keine ahnung der kauf in klasse kann wir wollten die stadt downtown downtown 2 1199 1199 downtown 2 gibt es da einen standort im anderen halt klasse 2 east highway die 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 Bis zum nächsten Mal.